Liebe Zuschauer, schön dass ihr am Start seid. Wir gucken uns jetzt das Video vom Kevin an. Der hat eins rausgehauen mit, ich wurde schon wieder angezeigt, Pflegewissenschaftlerin dreht komplett durch. Schon wieder. Der Arme, weißt du, wie oft der schon angezeigt wird? Das Gute ist, glaube ich, bei einer Anzeige, du musst theoretisch gar nicht so viel machen. Und es geht auch nicht mal wirklich ins Geld, weil das ist ja nur eine Anzeige. Es ist jetzt keine Abmahnung, wo du jetzt mit einem Anwalt direkt dagegen ankämpfen musst. Mal schauen, was da jetzt so auf ihn zukommt, was jetzt auf uns zukommt und ob er da jetzt schon wieder komplette Kacke am Schuh hat. Weil das ist natürlich nervig, immer wieder Anzeigen zu bekommen. Weil du musst dich ständig nebenbei noch um so ein Zeug kümmern, was natürlich mega lästig ist. Freunde der Nacht, ich wurde mal wieder angezeigt. Ja, wir haben ja vor einiger Zeit schon darüber gesprochen, dass ich Videos gegen eine Pflegewissenschaftlerin mache. Ihr wollt den Namen Pflegewissenschaftlerin nicht hören, das weiß ich auch. Aber sie ist nun mal Wissenschaftlerin, arbeitet an einer Universität in Deutschland als Pflegeethikerin. Stopp, stopp, stopp. Ist Wissenschaftler, ist das ein geschützter Begriff? Oder kann sich jeder Wissenschaftler nennen? Ist Wissenschaftler ein geschützter Begriff? Der Begriff des Wissenschaftlers ist überhaupt nicht geschützt. Ich bin nämlich, ich bin tatsächlich Wissenschaftler. Wissen viele nicht, aber ich bin anerkannter Wissenschaftler, laut Google. Als, ja, ja doch, Medizinhistorikerin hat sie, glaube ich, auch auf ihrer Fahne stehen. Und wir schauen uns gleich ein paar Ausschnitte an, wer diese Frau nochmal war, was im Verlauf passiert ist. Und wir reden vor allen Dingen darüber, das kann ich mal ganz kurz teasen, über diese zwei Briefe hier. Das sind jeweils, ja, jeweils Anzeigen, die mich in den letzten Tagen und Wochen erreicht haben. Vor allen Dingen, wo ich in Kroatien war, im Urlaub war, ja, schön, die Anzeigen in den Briefkasten geflattert. Und da werden wir heute drüber reden. Also ich wusste schon, dass es kommen wird. Ich wusste schon, dass so ein Video kommen wird, weil ich habe es auch schon mitbekommen. Ja, wir waren ja in Kroatien zusammen in der Wohnung. Und, ja, natürlich war das auch unter anderem ein Thema gewesen. Wissen ist natürlich nicht schön, wenn man nicht da ist und dann bekommt man Post, wo eine Anzeige drinsteckt. Also, die Wissenschaftlerin unseres Vertrauens war eine Person, die meiner Meinung nach, also ist immer aus meiner Sicht, will nicht abgemahnt werden, Bruder, du verstehst mich, aus meiner Sicht, die Altenpflege nicht gut hat dastehen lassen. Ja, da gucken wir einmal rein. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal dazu vor einigen Monaten ein Video gemacht. Und zwar war es, ähm, dieses hier. Ich bekomme eine Anzeige wegen Verleumdung. War das das erste Video zu der Wissenschaftlerin? Ich glaube, ja. Und, äh, da hat die Wissenschaftlerin sich über die Altenpflege nicht nur negativ geäußert, sondern auch, ähm, ziemlich abwertend. Und, äh, da schauen wir... Guck mal, hier, hier ist er noch aufgefallen. Hier ist, hier ist Kevin noch aufgefallen. Hier hat man ihn auch noch wahrgenommen. Und jetzt nimmt man ihn halt nicht mehr wahr. Das ist halt so ein Frisurending. Das ist auch bei Maxify so die Sache gewesen. Ich glaube, jetzt Maxify, der hat gar nicht mehr diese hellen Haare. Äh, aber das hatten jetzt schon ganz viele YouTuber, ne, dass man so diesen Haarwechsel gemacht hat. Von weiß oder blond zu, zu dunkelhaarig. Schauen wir jetzt nochmal rein. Und dann reden wir drüber, was da passiert ist. Also, hier nochmal der Ausschnitt. Ich glaube, die meisten von euch werden sich erinnern. Gerne mal einen einzelnen Chat, wenn ihr euch erinnert. Riso kritisiert ja auch niemanden Zufall. Ähm, doch, ich kritisieren schon. Ich find's schlimm. Also, Maxify hat Natur. Ich glaube, die Haare zwischendurch waren keine Naturhaare. War auf jeden Fall schon eine harte Geschichte. Also, Haare schon, aber die Haarfarbe nicht. Für mich ist das quasi meine pflegische Joker. Und ich glaube, das könnte in nächster Zeit noch eine Neverending Story werden, glaube ich, Freunde. Aber, wir gucken uns das erstmal an. Abfahrt. Dann, wo da die Freiheit ist. Was jetzt die Freiheit dir selber... Oh, ist der Ton okay? Warte mal kurz. Ich hab den Ton nicht auf den Kopfhörern. Das ist natürlich wieder beste Vorbereitung EU-West. Einmal meine Kopfhörer anschalten. Aber ich glaube, ihr habt Ton gehabt, ne? So, wir gehen nochmal rein. Ich hab Ton. Ja, wir haben Ton. ...SV und Corona auf der Arbeit zu holen. Und du hast die Freiheit, vulnerable Menschen in deinem Dienst anzustecken. Und selbst an Long-Covid zu erkranken. Und das framet die Altenpflege jetzt als Freiheit. Aber es ist auffällig, dass diese Scheiße, die wirklich strunzblöd ist, immer nur aus der Altenpflege kommt. Dumme, peinliche Videos. Meistens Altenpflege, Langzeiteinrichtungen. Es passiert nie von Intensivstationen, wo die Leute hochgradig geschult sind. Es passiert irgendwie nie aus Kliniken. Oder ich seh's nicht. Wir haben da ein Bildungsproblem. Und die Leute sind einfach nicht mehr in der Lage, abzuschätzen. Ja, das war ein Ausschnitt von vielen Ausschnitten, Freunde, wo sie die Altenpflege super schlecht dargestellt hat. Hintergrund war damals, ja, oder waren damals diverse Posts von Altenpflegekräften, wie sie es sagt. Dass man da Masken verbrannt hat nach Covid. Also nachdem die Ausgangssperre und so weiter. Ja, find ich auch nicht okay, das pauschal auch so zu tätigen. Ja, dann machst du halt wirklich nur auf die Leute, die du vielleicht kennst, was du mitbekommen hast. Aber jetzt so pauschal das zu sagen, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Ne. Was, aber bessere Frage, waren du blonde Haare? Ich werde meine Haare, ich hab noch nie meine Haare blondiert. Ich war früher, als Kind war ich blond tatsächlich, komplett blond. Es hat sich dann irgendwann gelegt und dann hatte ich dunkle Haare gehabt. Aber als ich so vier Jahre alt war, fünf Jahre alt war, hatte ich sehr blonde Haare gehabt. Ist mittlerweile gar nicht mehr so. Und dann ist es okay, weißt du? Aber ich bin nicht so der Typ, der Haare färbt. Selbst mein Dad hat mal sogar seine Haare gefärbt. Das passt auch null zu ihm. Aber ja, es ist eigentlich, ich könnte es mal machen. Und dann würde ich es direkt wieder rückgängig machen wollen. ... aufgehoben worden ist, nachdem die Maskenpflicht aufgehoben worden ist, haben Altenpflegekräfte auf Instagram symbolisch Masken verbrannt. Und das fand Frau Wissenschaftlerin nicht besonders toll. Und das nahm sie zum Anlass, eine ganze Berufsgruppe zu diffamieren. Das habe ich im Verlauf auch kritisiert und habe gesagt, ey, man kann die Altenpflege nicht so krass diffamieren. Also sie hat auch gesagt, Altenpflegekräfte können nicht lesen. Und ich glaube, die meisten von euch haben das noch ganz gut im Kopf. Dann fing es an, dass die Wissenschaftlerin mich bedroht hat, mich mit Abmahnungen anzeigen, mit, keine Ahnung. Die hat mich halt diverse Male bedroht, hat meine Kunden angeschrieben. Also da ging es unter anderem auch um Holzkern, um Holy. Nein. Das alles hat sie auf Twitter damals gemacht. Oh, sie hat das auch. Oh, sie hat das stimmt. Sie hat das auch gemacht. Junge, es ist so nervig, wenn Leute dann Partner anschreiben, Werbepartner anschreiben. Die Werbepartner, die haben noch gar nichts damit so richtig zu tun. Vor allem ist ja die Arbeit, die Kevin macht, ja komplett in Ordnung, ja. Der deckt Missstände auf. Der macht auf problematische Aussagen aufmerksam. Und das war's. Mann, Mann, Mann. Alle Partner zum Glück gechillt, aber das ist eine bodenlose Aktion. Ja, ja, hier, Dings, Holy wurde auch vor kurzem angeschrieben, ja. Da ging es auch mit um mich. Da hat jemand auch irgendwie Kacke gelabert oder so. Ne, und hat dann irgendwas in die Richtung gemeint mit so, wegen irgendwas mit Doxing und so. Ich hab gar nichts damit zu tun gehabt. Ja, gestern mit denen Karl gehabt? Ja, okay, okay, ja gut, dann weißt du ja eh Bescheid. Ja, wo ich mir auch so denke, Alter, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Ihr habt null Ahnung von irgendwas. Ich weiß nicht genau, wer es geschrieben hat, aber ich kann mir vorstellen, wer es war. Ja, ihr habt null Ahnung von irgendwas. Und dann wirft ihr irgendwelche Dinge in den Raum, wo man so sagt, okay, auf den ersten Blick ist das schon alles falsch. Ne, naja. Also dementsprechend, ich bin froh, dass meine Werbepartner auch alle ziemlich gechillt sind. Die Leute, die sich da querstellen oder direkt, ähm, direkt entgegen einstellen, so, die Werbepartner brauch ich eh nicht. Weil das sind Leute, oder das sind dann Leute, die auch nur komplett in eine extreme Richtung gehen und die werden definitiv danach auch nicht mehr so viel Erfolg haben wie davor. Das ist dann aber einfach so. Ne, weil, so, ich sag mal, die Seite von denen, die Entschuldigungen ja ständig kommen, äh, sind wahrscheinlich jetzt auch nicht in der breiten Masse krass beliebt. Ja, genau, das ist so wie, so, ich geh jetzt zu deiner Mama, genau, richtig, so ist das. Ja, nur, dass es mit dieser, ich geh jetzt zu deiner Mama in Bezug zur Arbeit ist, wo du deinen Lebensunterhalt finanzierst, ja, du vielleicht, äh, Miete zu bezahlen hast, vielleicht noch Mitarbeiter zu bezahlen hast oder irgendwann einen Kredit zu zahlen hast oder was weiß ich, ne, dass du halt überlebst, ja, und leben kannst. Und das wird versucht, äh, dir zunichte zu machen, das ist ekelhaft. ... tatsächlich auch und wir gucken uns jetzt mal einige Ausschnitte an, die wir einmal noch durchgehen von meinen Videos. Das werden wir besprechen und dann werde ich euch sagen, was ihr da nicht gepasst hat und warum sie mich angezeigt hat. Also, in meinem letzten Video zu der Wissenschaftlerin habe ich euch schon diesen Post gezeigt, ne, da hat die Wissenschaftlerin mir vorgeworfen, dass große Teile meines Videos schlecht in Szene gesetzte Werbung für Holy-Sein, ja. Ey, Holy! Boah, schlecht, was, schlecht in Szene gesetzte? Warte mal, schlecht in Szene gesetzte Werbung für Holy-Sein. Es gibt nie eine schlecht in Szene gesetzte, äh, gesetzte Werbung für Holy. Das wäre, also das Video müsste eigentlich so Holy-Sein und dann kommt zwischendrin mal ein Beitrag zu, äh, zu irgendeiner Pflegewissenschaftlerin oder wie sie sich da nennen. Irgendein Pulver, Falls, Ballesting führt nun dazu, dass emotional gemerkt wird, dass Kliniken unsicher sein könnten, und so weiter und so fort. Ey, könnt ihr euch Holy jetzt, Alpha Kevin 5, Leute? Übrigens, Kuss an, äh, Holy Energy, ja, ihr könnt mit meinem Code Kevin5 sehr, sehr gerne bestellen, vor allen Dingen, um der Wissenschaftlerin mal zu zeigen, dass sie mit... Oh, so, so, je nachdem, jawohl. ...mit besonders weit kommt. Sleepless Toti, danke für dein Stufe 1-Sub übrigens. Sie schreibt weiter, der Streamer ist trotz fortwerdener Kritik nicht bereit, sein Format zu ändern. Der Ethikkodex für Pflegende untersagt den Beruf im World Wide Web schlecht darzustellen, ne? Bla, 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 das habe ich euch im Video schon mitgeteilt. Das Lustige ist daran, dass sie sich quasi selbst exposed, ja? Weil, ähm, sie sagt, es ist laut Ethikkodex verboten, den Pflegejob schlecht darzustellen, randaliert aber auf Twitter und Instagram immer mal wieder gegen Pflegekräfte, die ihrer Meinung nach aus der Altenpflege kommen und da besonders scheiße ihren Job machen. Scheinbar, ja? Scheinbar. Direkt mal eine Lanze brechen für den ganzen Job. Es ist ja seit einigen Jahren so, dass wir die Generalistik haben. Das heißt, alle Pflegeberufe werden gleich ausgebildet. Ja, das heißt, es gibt keine Altenpflegekräfte mehr oder Kinderkranktenpflegekräfte mehr. Natürlich kann man sich nach der Ausbildung spezialisieren, ja, aber der Grundsatz der Ausbildung ist da erstmal gleich. Und Frau Wissenschaftlerin schafft hier eine ganz krasse Unterscheidung zwischen Intensivpflegekräfte, sind alle per se super klug. Ja, danke übrigens fürs Kompliment, ich war auch Intensivpfleger und alle Altenpflegekräfte sind doof. Das hat sie im O-Ton, ja, so gesagt und von daher ist die Anzeige der Verleumdung, die sie mal mir zukommen lassen hat, ja, die greift einfach nicht. Ja, wir gucken uns das jetzt nochmal an, weil die erste Anzeige von ihr, die Verleumdungsanzeige, die ist im Sande verlaufen, mal wieder. Sie hat mich schon 2022 angezeigt wegen Verleumdung und jetzt hat sie das zuletzt. Warte ganz kurz, das ist schon so eine alte Story oder wie? Ich wusste gar nicht. Ich dachte, das ist jetzt hier das erste Mal. Jetzt nochmal gemacht, darüber habe ich ein Video auch gemacht und euch gesagt, dass das im Prinzip Quatsch ist. Was die Wissenschaftlerin, ihr Ruhme, danke mit Primesub, was die Wissenschaftlerin jetzt aber zum Anlass genommen hat und ob ihr es glaubt oder nicht, mich nochmal anzuzeigen, wegen, tadaa, wegen Verleumdung und Verstoß Kunst-Urhebergesetz. Ja, das ist die nächste Anzeige, also eine von beiden, die mich im Urlaub erreicht hat. Klicker Beta 5, Subs and the Community, viel zu lieb von euch, vielen, vielen Dank für den Support. Jetzt ist nur ein Unterschied, ja, ein Unterschied, weil die Tatzeit ist die gleiche wie beim letzten Mal. Da hat sie mich angezeigt, wegen Verleumdung, da steht drin, ihnen wird vorgeworfen, von der geschädigten Schünemann, Bild, Ton und Videomaterial verfälscht zu haben. Ist auch lustig, weil ich habe die Originalaufnahmen, ja, ich habe da nichts verfälscht. Von daher, diese öffentlich auf den Plattformen TikTok zur Schau zu stellen, das ist nämlich die neue Anzeige, das geht jetzt explizit um die Plattform TikTok und nicht mehr um YouTube. Sie hat mich quasi erst angezeigt, weil ich das Video auf YouTube veröffentlicht habe, dann habe ich das YouTube quasi in Scheibchen auch bei TikTok veröffentlicht und da zeigt sie mich jetzt aktuell. Ey, also jetzt mal ganz ehrlich, wie langweilig muss einem sein, wegen sowas noch eine Anzeige zu erstellen? Das Thema wäre schon längst durch, hätte man einfach Ruhe gegeben und alles wäre gut gewesen. Aber man wollte wahrscheinlich unbedingt jetzt einen Fass aufmachen und jetzt wird hier mit Anzeigen rumgeworfen, ey. Das ist wirklich anstrengend. Holy shit. An. Ist natürlich ein bisschen komisch, weil die erste Anzeige auf YouTube hat ja scheinbar nichts gebracht und jetzt versucht sie es nochmal mit der gleichen Anzeige für TikTok. Ich weiß nicht, was genau sie sich dabei erhofft, weil die Gerichtszuständigkeit und die Polizeibehörde ist die gleiche. Also sie kann nicht fünfmal in Folge das gleiche anzeigen, weil es auf unterschiedlichen Plattformen gepostet wird, sondern wenn sie mit einer Anzeige scheitert, dann wird sie mit der anderen auch scheitern. Ich finde es aber relativ interessant, dass man hier auch schreibt, dabei soll es sich um diverse Bild-, Ton- und Videomaterialien handeln, in denen beispielsweise Behauptungen aufgestellt wurden, die Geschädigte habe gesagt, alle Altenpflegekräfte sind strunzdumm. Man kann jetzt natürlich darüber streiten, ob sie sagt, alle Altenpflegekräfte sind strunzdumm. Sie hat aber auf jeden Fall gesagt, Altenpflege, das sind die Leute, die das gepostet haben damals mit der Maskenverbrennung und die sind strunzdumm. Ihr habt aber die Ausschnitte im O-Ton gesehen. Ja, da geht es ihr, glaube ich, in erster Linie um den Begriff alle. Aber das ist auch sehr, sehr schwammig, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich frage mich, warum sie das ständig mit Strafanzeigen macht. Ich meine, wenn ihr was nicht passt, dann soll sie mich doch gefälligst einfach abmahnen. Ja, aber daran seht ihr doch, dass... Ja, aber Abmahnung kostet Geld. Ja, und das Risiko geht man vielleicht nicht ein. Deswegen versucht man es halt mit einer Anzeige. Die mir nur Angst machen möchte. Aber ich sage euch eins, Anzeigen machen mir keine Angst, weil in Deutschland kann jeder erstmal jeden anzeigen. Aber, wie gesagt... In Deutschland kann auch jeder jeden erstmal abmahnen. Ja, was dabei rumkommt, das steht dann auf einem anderen Blatt. Aber Abmahnung geht halt erstmal ins Geld. Und das ist halt das Problem. Da musst du halt erstmal noch zum Anwalt, und dem das erklären. Und dann ist das Zeitaufwand, auch so eine Abmahnung zu schreiben. Und dann geht es rein in die Finanzen. Und das schmerzt sehr. Ihr kennt den O-Ton. Wenn nicht, guckt gerne mal auf meinem Hauptkanal. Da habe ich das Video ja öffentlich gestellt. Und im Gegensatz zu der Angabe, dass ich die Videomaterialien verfälschen würde, ich habe alles auf meiner Festplatte, Freunde. Ja, ich habe nichts verfälscht. Ich habe literally gar nichts verfälscht. Und von daher nehme ich einfach mal an, dass sich auch die zweite Anzeige im Sande verlaufen wird. So. Dann gab es noch folgende Aktion von ihr. Und zwar hat sie damals auf Instagram gepostet. Ihr Mann ist sogar Anwalt. Rechtsanwalt. Also, ja, keine Ahnung. Wenn er sich aber solchen Sachen nicht annimmt, ist ja okay. Aber es ist natürlich eine lustige Nebeninformation, sollte es so sein. Viele Frauen, die sich zusammenschließen, egal was sie trennt, es vereint sie immer mehr als das, was sie scheidet. Das hat sie gepostet und hat quasi mir auch phasenweise mit Doxing und so weiter gedroht. Das war auch sehr, sehr spannend, weil da hat nämlich ein User kommentiert, wo finde ich die Pfeife? Und mit dieser Pfeife war, ja, war einfach ich gemeint. Ja. Ich kann es ehrlicherweise nicht verstehen, warum sie da so uneinsichtig ist, weil im O-Ton habe ich einfach nur kritisiert, dass sie die Altenpflege so stark, meines Erachtens nach, diffamiert. Und wir haben es hier mit einer Wissenschaftlerin zu tun, die einen Masterabschluss hat. Also, ich persönlich erwarte einfach, dass wenn man mit den Menschen auf einer sachlichen Art und Weise kommunizieren möchte, dass diese Menschen auch ein Stück weit kritikfähig sein müssen. Sie, ja, beweist das Gegenteil. Sie als Wissenschaftlerin ist das nicht. Und das, ja, widerspricht... Ja, aber sie ist sehr wohl wahrscheinlich auch ein Mastermind, so wie ich das hier wahrnehme. Eigentlich so ein bisschen den Grundsätzen von Wissenschaftlern, weil man muss natürlich seine wissenschaftlichen Arbeiten immer mal wieder überprüfen auf Aktualität. Man muss sich selbst immer wieder reflektieren, das alles gehört zu einer guten Wissenschaft dabei. Das sieht sie offensichtlich anders. Ja, das auf jeden Fall dazu. Dann ging es noch weiter. Und zwar hat sie ja ihre Pflegekommi... Das ist doch auch schon wieder krass. Warte, ich muss mal kurz hier rübergucken. Pass mal auf. Videos, die vorgeschlagen werden, ne? Hier kommen nicht meine Hauptvideos, kommen auch nicht auf den Zweitkanal, die Videos. Ne, wir haben wieder einen Drittkanal. Alpha Cam Plus. Das Video wird vorgeschlagen. Das kannst du wieder keinem erzählen. Der Kanal, der erst seit kurzem aktiv geführt wird, der ist auf einmal überall in den Vorschlägen drin. Da kommt morgen übrigens ein neues Video online. Wollte es noch sagen. Pflege-Community so ein bisschen angestachelt. Und jetzt kommen wir nämlich zum relevanten Punkt, Freunde. Ja, wegen Tina. Weil Tina, super. Aber seit... Ja, Tina hat das eine Video, was auch gecuttet war, hat sie gemacht. Aber ich habe jetzt die anderen Videos trotzdem selber erstmal gemacht. Deswegen... Vielleicht liegt das generell wieder daran, an der Aktivität oder an Askeron. 100% an Askeron. Und an Askeron wäre das wirklich nicht möglich gewesen. Also dann wären dort die Videos nicht angezeigt worden. Da bin ich zu 1000% bin ich mir da sicher. Sie hat ihre Pflege-Community angestachelt und behauptet, dass ich Straftaten begehe, dass ich dunkelhäutige Kollegen als Affen bezeichne. Da habe ich ja in meinem letzten Video schon aufgeklärt, dass dem nicht so war. Ich konnte auch beweisen, dass es nicht so war. Ich habe euch den Original-Clip sogar eingeblendet. Jeder von euch konnte sich selbst ein Bild darüber machen, ob ich jetzt Rassist sei oder bin oder nicht. Und 99,9% der Menschen haben entschieden, nee, das war aus dem Zusammenhang gerissen. Und ich bin selbstverständlich kein Rassist, Leute. Ich bin vieles, aber definitiv nicht rassistisch. Dieser Maurizio... Kann ich so bestätigen. Also er wirkte mir jetzt nicht unbedingt, wo wir miteinander gewohnt haben für die Woche, wirkte er mir nicht wie ein intoleranter Mensch. Ja, also das... Es ist approved, ja, dass er kein Rassist ist. Und der wird von mir übrigens abgemahnt. Ja, das ist unter anderem der Federführer im Bereich Verleumdung, wenn es um meine Videos geht. Diesbezüglich, bevor wir uns das einmal durchlesen, nochmal der Hinweis, ich habe für meine X-Post-Videos und vor allen Dingen für den Kampf für Patientenrechte und gegen die Verbreitung von Fake News eine Golf-Fundenseite. 13.000 Euro. Auch mal wieder was gespendet, zuletzt vor sieben Tagen. Kurs geht auf jeden Fall raus an Kirsten, die sich da beteiligt hat. Wir sind bei 13.300 Euro. Das ist eine Menge Geld. Anwälte kosten aber auch eine Menge Geld. Ich brauche natürlich diesbezüglich Anwälte, die mich verteidigen. Ich habe euch aber hier alles verschriftlicht, wie ich verleumdet worden bin und so weiter. Und ich habe euch hier zum Schluss das Versprechen gegeben, dass all das, was wir nicht brauchen, das Geld, was wir nicht brauchen, dass das hier, wo habe ich es geschrieben? Genau, überschüssiges Geld wird einer gemeinnützigen Organisation gespendet und das werde ich euch auch nachweisen, sobald wir da an den Punkt gekommen sind, wo ich alle Kosten gedeckt habe. Also, wer sich beteiligen will, kann das sehr, sehr gerne machen. Viele Leute haben es schon getan. Darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Damit verteidigt man natürlich auch ein Stück weit meine X-Post-Videos und das, was ich da mache. Also, der Maurizio... Schau mal, wenn jetzt tausend Leute, ja, tausend Euro spenden, dann hat Kevin eine Million Euro da drin. Ich wollte es nur sagen, ja, was hier möglich wäre. Oh, hat im Verlauf... Tausend Euro ist halt natürlich für jemand wie Raib, grüße ich raus an Raib, ist natürlich nichts. Aber deswegen, wenn es tausend Reibs da draußen gibt, dann ist Kevin mit einer GoFundMe-Page Millionär. Ich habe dann geschrieben, dass es scheinbar keine Pflegekammer mehr braucht, weil Berufspflichtverletzungen... Sollte reisen, also ich hoffe doch. ...ja, von mir gemeldet werden. Ich werde da als Lichtgestalt der Pflege betitelt, wie ich mich angeblich selbst genannt habe, was natürlich nicht stimmt. Man nutzt auch hier wieder den Vornamen Kevin als, weiß ich nicht, Beleidigung, als Diffamierung, ich weiß es nicht, viele Kevins. Ich habe das noch nie verstanden. Also... Also so nicht. So geht's nicht. Dass man meinen Vornamen als Beleidigung nehmen muss, keine Ahnung. Ich bin auch nicht so besonders Fan von meinem Vornamen. Es gibt sicherlich andere Vornamen, die schöner sind, aber ein Menschen aufgrund seiner... Ich finde Oliver zum Beispiel wäre jetzt mal so spontan gesehen ein sehr schöner Vorname. ...heuer Herkunft, seiner sexuellen Orientierung, das ist eh schon los, dass man einen Menschen darauf reduziert oder dass man den anhand dessen beurteilt. Aber dass man Menschen anhand seiner Namen diffamieren möchte oder fertig machen will, das werde ich in meinem ganzen Leben nicht verstehen. Das ging mir damals in der Schule schon so. Heutzutage kriege ich immer mal wieder einen Kommentar, oh, du bist aber gar kein Kevin. Naja, ich finde es einfach kindisch und der Maurizio hat sich hier, glaube ich, keinen Gefallen getan. Naja. Naja, also der Maurizio hat sich in allen Belangen keinen Gefallen getan. Also bei dem hat es ja... Da pfeift es aus allen Löchern. Diffamiert er sich ein bisschen selbst oder setzt er sich ein bisschen selbst ins Abseits, weil wer so argumentiert, der wird meines Erachtens nach zu Recht auch nicht ernst genommen. Also, er schreibt, ich spiele angeblich selbst Polizei und Staatsanwaltschaft. Auch das stimmte natürlich nicht. Ich habe diese Sachen angezeigt, ja. Aber ich kann natürlich nicht über das Strafmaß entscheiden und das will ich auch gar nicht. Wichtig ist bei mir, bei meinen Exposed-Formaten, schaut auch übrigens gerne mal vorbei. Ich habe da gestern, wenn ihr das Video hier seht, wahrscheinlich vorgestern, ein neues Exposed-Video gepostet, auf YouTube veröffentlicht, wo ich auch nochmal darauf hinweise, dass diese Livestreams aus Pflegeeinrichtungen, dass sie tagtäglich passieren, dass sie nicht nur aus Krankenhäusern passieren, dass sie auch aus Pflege... Es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber ich feiere das, ich feiere das, wenn die Emotes, und das wird ganz oft genutzt, hier Partybus schreibt, Respekt fehlt heutzutage. Und er hat Recht. Partybus hat Recht, dass Respekt heutzutage fehlt. Wo ist der Respekt hier in dem ganzen Text? Ich finde, ich stehe auch für mehr Respekt und ich finde es nicht gut, dass es mittlerweile nachlässt. Ja, auch vor allem von Maurizio, der komplett übers Ziel hinausgeschossen ist, weil da kam ja noch mehr, was er gesagt hat. Vigeeinrichtungen und auch sogar aus Arztpraxen, zuletzt auch Zahnarztpraxen passieren. Von daher, es ist ein brandaktuelles Thema, wo ich auf gar keinen Fall Staatsanwaltschaft spielen möchte und auch gar nicht spiele. Das ist eine ganz dumme Aussage von ihm und ihr merkt also, dass sein Beitrag hier einfach lost in space ist. Natürlich darf dabei der Bodensatz der Pflege, das ist übrigens auch eine Beleidigung, weil er uns als, ja, ja Bodensatz, wie soll ich das erklären, Freunde? Ihr wisst glaube ich, was ich meine. Das ist immer das Schlechte, was mit Füßen getreten wird und so weiter. Bodensatz der Pflege hört sich sehr abwertend an, ist in dem Fall auch abwertend gemeint und dieser Maurizio, der meint wirklich, wenn er was in Anführungsstriche schreibt, dann wäre das nicht rechtswirksam. Das ist es auf jeden Fall und von daher wird er vor allen Dingen für diesen Artikel, den er geschrieben hat, auf Instagram eine Abmahnung von uns kassieren und die wird er auch zahlen müssen. Auch wenn er sich auf TikTok aktuell in Livestreams über mich und mein Format weiter lustig macht, ja, da gibt es demnächst übrigens ein Video zu, werden wir uns das selbstverständlich. Ach, der macht sogar selber Beiträge, ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich dachte aber, der hat bloß hier auf Instagram seinen Hass vorbei, der hat bloß gegen Kevin nicht gefallen lassen. So, der wird empörungswirksam mit eingebunden, also er beleidigt ja hiermit auch alle, die mir helfen, weil Bodensatz der Pflege bin nicht nur ich, sondern das sind all die Menschen, die mir helfen, die mir Informationen zukommen lassen und so weiter und so fort. Angeblich werdet ihr empörungswirksam mit eingebunden, um diesen dann auf diese exposeden Pflegekräfte loszulassen. Das mache ich auch nicht, weil ich zensiere die Pflegekräfte immer, ich sage deren Namen nicht. Das Einzige, was ich manchmal sage, ist der Nutzername, aber ich doxe da keine Person. Dass der Bodensatz der Pflege keine Skrupel hat mit Hate Speech, sogar mit Morddrohung zu agieren und so weiter und so fort, wird in Kauf genommen, hat er geschrieben. Und auch das ist natürlich falsch. Auch das werde ich so nicht hinnehmen und auch das wird abgemahnt. So, da ich das alles, jetzt kommen wir zum relevanten Punkt, wo ich mal wieder angezeigt worden bin, da ich das alles als, eins in den Chat, wenn ihr euch daran erinnert, als toxische Pflegebubble bezeichnet habe, kam folgender Brief, ich glaube, gestern oder vorgestern bei mir an. Also, ich habe diese Bubble als toxische Pflegebubble bezeichnet und das ist ja nun mal jetzt fraglich, ob das eine Beleidigung ist. Hä? Das ist ja gar nichts. Du kannst doch nicht dafür eine Abwarnung oder eine Anzeige bekommen, wenn du jemanden, oder wenn du das als toxische Pflegebubble bezeichnest. Das ist ja vor allem, wer will denn da überhaupt was anzeigen können? Das geht ja gar nicht. Okay, jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Und ich persönlich denke nicht, weil ich da keinen persönlich beleidige, sondern hier von einer Organisation spreche, also einer Bubble, einer Vereinigung von einigen Menschen, die mich verleumden wollen. Das ist für mich eine toxische Pflegebubble, so habe ich es damals definiert und so würde ich es auch heute definieren. Ich habe damit keinen beleidigt, sondern habe nur darauf hingewiesen, dass diese Menschen halt Unwahrheiten verbreiten. Jetzt könnt ihr dreimal raten, lieber Livestream und... Was ne, ja, Pia hat Tim auch angezeigt, weil er sie toxisch genannt hat. Ja, aber weil er sie direkt toxisch genannt hat. Wenn du aber das als Bubble bezeichnest, ja, was ist denn jetzt die Bubble? Wie groß ist die Bubble? Gibt es da wirklich toxische Menschen und so? Das ist doch gar nicht so auf eine Person gerichtet. Dementsprechend kannst du mir doch nicht erzählen, dass das überhaupt anzeigbar ist. Also, ja, klar, anzeigbar ist alles, aber dass das durchgehen könnte. Liebe Leute bei YouTube, falls ihr da seid, was dann passiert ist, also ich habe nicht nur eine Anzeige bekommen wegen Verleumdung und irgendwie Kunsturhebergesetz, dass ich mich daran nicht halten würde, sondern jetzt auch von der Polizei... Ja, siehst du, Kevin, das macht keinen Sinn. ...da, wo ich herkomme, eine Strafanzeige wegen... Haltet euch fest, Haltet euch fest, Freunde, wegen Beleidigung nach Paragraf 185 Strafgesetzbuch. Also, dieser Brief wurde gefertigt am 26.09. Also, der Brief ist genauso haltbar wie... Gute Freistöße von Cristiano Ronaldo. Mir ist gerade nicht so adressant eingefallen, ja. Es sind halt schlecht haltbar, ja. Es ist wirklich belastend. Also, das ist ja wirklich... Wenn ich sowas bekommen würde, Oh, das wird mir tatsächlich... Wie abgelaufene Milch ist auch stark, auch stark, auch stark. Oh, das ist ja wirklich einfach nur Content am Ende des Tages. Du siehst das und weißt, okay, hast ein neues Video und das juckt ja eh niemanden. Also, sorry, aber das... Da würde ich nicht... Da würde ich auch nicht darauf antworten. Oder muss man darauf antworten, auf so eine Kacke? Oder kann man es am Ende des Tages auch einfach ausstreichen lassen und dann müssen die halt irgendwie mit anderen Mitteln dagegen vorgehen? Weil das ist doch Käse. Hier oben seht ihr es, ne? 26.09. ist also relativ aktuell... Im Leben geht es so eine Scheiße nicht durch. Ja, das geht niemals durch. Ich habe euch das Aktenzeichen geschwärzt, weil ich jetzt auch nicht möchte, dass da irgendwelche Menschen hinschreiben und da irgendwie, keine Ahnung, Theater machen, weil die Polizei... Übrigens richtige Ehrenmänner und Ehrenfrauen, die machen ihre Arbeit gut. Sie müssen diese Anzeige aber aufnehmen und sie müssen mir auch Post schicken. So, ihnen wird vorgeworfen, folgende Straftaten begangen zu haben. Beleidigung nach § 185 Strafgesetzbuch. Ja, ich bin also ein hoher Schwerverbrecher, der schon, ja, international gesucht wird. Interpol verhandelt nach mir scheinbar, nur ich wusste es halt noch nicht. Ich bin ein übelster Internet-Raudi und Pöbel. Jetzt gebe ich es zu. Ja, Olli, also Alpha-Kevin, kann es bestätigen. Der war ja mit mir im Urlaub. Ich bin einfach auch ein schlechter Mensch. Ja, das stimmt allerdings. Da muss ich auch zustimmen. Ich bin auch einfach ein schlechter Mensch. Ja. Ja, gebe ich hiermit ganz offensiv zu und hoffe, dass ich der Pflegewissenschaftlerin damit so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehme. Schwer gefährlich. Ja, brutal auch. Brutal. Ja, und, und, Peak-Misogyn darf man auch nicht vergessen. Auch. Weil sie ist eine Frau und da bin ich Peak-Misogyn. So, und er ist auch eine Gefahr für die Demokratie. Das wissen viele gar nicht, aber auch er hat Aussagen getätigt im Urlaub, wo ich mir dachte, okay, er stellt eine Gefahr für die Demokratie dar. Ne, muss ich schon sagen. So, stichwortartige, konkrete Angaben zum Tatvorwurf. Jetzt pass auf. Jetzt hat die Frau irgendwas Boomer-Style mäßig missverstanden. Die Polizei schreibt nämlich, sie betitelten die geschädigte Schünemann, also meines Erachtens nach hat sie wohl auch irgendwie einen Schaden, weil wenn sie da geschädigt worden ist, I'm so sorry, ja. in einem Internet-Post, also mal YouTube-Video wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, welchen Internet-Post man hier meint, als toxische Pflege- und Medizin-Bubble. Es ergibt ja gar keinen Sinn. Dass das überhaupt durchgelassen wurde, ist ja schon eine Frechheit. Ja, du bezeichnest eine Person als eine Bubble, oder wie. Das ergibt keinen Sinn, um Gottes Willen. Wer hat denn da gedacht, okay, oh, die Anzeige müssen wir jetzt wirklich rausschicken. Das ist ja auf allen Ebenen halt auch, also das ist ja auf den ersten Blick schon erkennbar, nicht anzeigwürdig. Können wir einmal einen Clap in den Chat haben, bitte? Weil ich habe noch nie erlebt, dass eine einzelne Person eine toxische Pflege-Bubble sein kann, Freunde. Wer von euch hat das schon mal gehört? Das ist ja Wahnsinn, oder? Zumal selbst wenn du sagst, yo, ich empfinde dich als toxisch, ja, dann ist das deine Wahrnehmung, dass die Person für dich toxisch ist. Dann ist das halt deine Meinung. Das ist doch nicht mal irgendwas Schlimmes, was mir jetzt jemand vorwirft, toxisch zu sein. Boah, holy shit, ey, das ist ja übel, unangenehm. Ich habe den Brief gestern oder vorgestern aufgemacht, habe so gedacht, hä, Beleidigung? Also, ich bin ja jetzt kein Mensch, der andere im Internet beleidigt. Ich habe schon mal eine, ja, wie soll ich es nennen? Ich habe schon mal eine genauere Vorstellung von dem, was ich hier sage und drücke einige Dinge vielleicht ein bisschen drastisch aus, aber ich beleidige auch keine Menschen und vor allen Dingen mache ich nicht das, was sie mit mir machen und zwar ich diffamiere die nicht, auch wenn man es mir vorwirft. Naja, hier habe ich angeblich die Geschädigte in einem Internetpost als toxische Pflege- und Medizinbubble bezeichnet. Das Ganze soll ich am Samstag gemacht haben, am 10.8. um 10 Uhr. Samstag ist ja immer mein Postingtag und da muss ich aber leider widersprechen, weil 10 Uhr ist nicht mein Postingtag. Ja, stimmt, 12 Uhr immer. Ich glaube, immer 12 Uhr ist bei Kevin der Postingtag-Zeitraum gewesen. Ich habe das Samstag um 12 Uhr gepostet. Ja, auch hier ist ein ganz... Sie kennt sich null aus mit Kevin und sagt dann einfach 10 Uhr. Das ist ja wohl eine Schande. Ganz kleiner Fehler. Möchte ich nur mal anmerken. Also, wenn man mir schon hier vorwirft, sie beleidigt zu haben, dann sollte man wenigstens die richtige Uhrzeit kennen. Naja, das ist auf jeden Fall die zweite Anzeige. Nicht nur wegen Verleumdung und Kunsturheber gesetzt werden. Du Milch. Du Milch. Wer auch immer das gemacht hat. Nicht angezeigt, sondern auch wegen Beleidigung. Es kann also sein... Stell dir mal vor, ich bekomme jetzt eine Anzeige und dann steht da drin, Beleidigung wegen, Zitat, du Milch. Ich denke, das geht durch. Ich denke, das sind die harten Beleidigungen. Dass ihr die nächsten Streams und vor allem die nächsten Videos, liebe Freunde, aus dem Strafvollzug erleben werdet, weil ich bin halt einfach ein übelster Schwerverbrecher. Kann man auch einfach nicht ändern. Ich hoffe, Kevin macht dann auch so ein Video wie ApoRed. Ja, so nach zwei Wochen Haft so... Erstmal wieder abgecheckt, alle News gelesen und so. Mir ist mal wieder ein Handy geholt und muss mich erstmal wieder rehabilitieren. Das wird Kevins nächster Schritt sein. Aber es gibt wenigstens ein geiles Video. Ich glaube, das kann man gut aufziehen. Ich habe euch das... Demnächstes aus der JVA. Bitte doch. Erstmal nach Dubi. Ja, nee, das kommt ja noch später. Erstmal musst du fette Kohle danach noch machen. Dann, ähm... Ja, dann mit der Kohle einfach Scheiße anstellen und dann nach Dubi. Hier nochmal zusammengefasst. So sah es aus, als ich zuerst angezeigt worden bin. Da wurde ich auch wegen Verleumdung angezeigt. Ist der gleiche Zeitraum, also 29.06.12 Uhr bis 3.07.0 Uhr, wie ich jetzt auch für TikTok angezeigt worden bin. Ich habe also zwei Anzeigen wegen Verleumdung am Laufen und eine wegen Beleidigung. Ist natürlich auch... Okay, Kevin, einfach übel, der Straftäter, der bekommt sau viele Anzeigen. Ich habe noch nie eine Anzeige bekommen. Ich habe meine Anzeige geschrieben... Also, nicht geschrieben, sondern... Ich habe mal was angezeigt. Also, als mir jemand an mein geparktes Auto gefahren ist, Fahrerflucht begangen hat. Ich wusste natürlich nicht, wer es war. Es war vor der Haustür, ne? Das Auto stand vor der Haustür. Ja, mein Auto war natürlich auch, äh, gut... Ja, ein bisschen mitgenommen. Sagen wir es mal so. Und ja, die Anzeige hat gar nichts gebracht. Da ist halt auch nichts passiert, Leute, ja? Ja, auf den Schaden muss ich dann sitzen bleiben. War ein bisschen traurig. Und nun, Dankeschön für den Prime Sub. Ja, also, das war es das einzige Mal. Und lustigerweise, den einen Polizisten kannte ich. Da konnten wir noch kurz miteinander ein bisschen schnacken. Und dann war es das. Ja, aber das Auto habe ich dann sowieso verkauft und habe dann ja jetzt den Audi... Also, den, den, äh... Kleinschicken. Oh, den liebe ich wirklich sehr. Der ist wirklich... Der hat mir das günstigste Modell genommen. Ist wirklich ein kleines, süßes Auto. Und ich finde es so geil. Wirklich so ein hübsches, smartes Auto. Äh, ich kann euch das empfehlen. Also, wenn ihr bei Audi mal ein Auto holen wollt, was nicht so teuer ist, gerade auch im Leasing, äh, kostet ja auch nicht viel. Holt euch einen Audi A3 Sportpack. Übel geil. Der, wirklich, wirklich... Äh, ich, ich feiere den immer noch. Jetzt nach einem Jahr finde ich den immer noch absolut top. Da gibt es keine Probleme. Äh, der ist... Der funktioniert erst rein. Ich hatte bisher wirklich noch keinen einzigen Mängel gehabt. Und... Tim, also Kuchen.TV, der fährt ja immer hier sein Audi... Ich weiß nicht, was es für ein S-E-Tron oder so. Keiner, irgendein... Natürlich ein teures Auto. Und er beschwert sich immer darüber, dass es so Updates gibt und dass dann die Technik nicht funktioniert so richtig. Alter, bei mir gab es noch nie ein Problem. Ich, ich starte das Auto. Alles läuft. Mein Handy ist an. Direkt Apple CarPlay. Funktioniert instant. Ist gar kein Problem. Und dann war es das. Junge, bei CoronaV, der hat nur Probleme, was ich da in den Storys sehe. Deswegen denke ich mir so, ey, ich habe, ich habe alles richtig gemacht mit meinem Modell. Kann ich nur empfehlen, ja. Wenn ihr ein kleines, schickes Auto haben wollt, gönnt euch den Audi A3. Auch krass, weil... Sportpack, wichtig. Nichts von dem stimmt. Nichts von dem stimmt. Und jetzt kommen wir zu einem, äh, relevanten Punkt, weil wenn man jemanden anzeigt und das zu Unrecht ist, dann ist das der Tatbestand der falschen Verdächtigung, ja. Ja, und da habe ich auch schon mit meinem Anwalt gesprochen. Und da wird es jetzt vor allen Dingen bezüglich der Beleidigungsanzeige. Also wegen Verleumdung, das würde ich nicht machen, weil, äh... Jo, ne, TamiTV, viel, viel lieben Dank für den Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream gehabt. Wir gucken uns jetzt hier noch die restlichen fünf Minuten ein Video an, äh, weil Kevin angezeigt wurde. Der wurde ja auch in seinem Leben jetzt nicht nur einmal angezeigt, sondern jetzt mittlerweile schon... Der hat gerade zwei Anzeigen am Laufen, aber selber zeigt er auch noch eine andere Person an. Oder mahnt die ab? Oder zeigt die an? Oder ich glaube, der mahnt die auch ab. Ja, das ist immer so ein bisschen streifig. Vielen Dank, vielen Dank. Was darf man sagen, was darf man nicht sagen? Ihr seht es ja jedes Mal bei KuchenTV und Shuyoka. Da gibt es diverse Dinge, die dann doch anders entschieden werden. Also hier hätte ich nichts gemacht, muss ich sagen, außer die, ähm, dagegen argumentiert. Aber jetzt wegen der Anzeige, wegen Beleidigung, da gibt es eine Gegenanzeige. Ich muss es leider machen, auch wenn ich es kindisch finde, wegen falscher Verdächtigung. Oh! Also Freunde, eine toxische Pflege... Haha, sorry, aber die Anzeige ist wirklich der größte Hafer, den ich je gesehen habe. Ja, also das ist ja Weltklasse. Die Beziehen-Bubble, damit habe ich nicht mal sie persönlich angesprochen. Also wenn mich da einer hätte anzeigen können, dann vielleicht der Maurizio, weil den habe ich damit gemeint. Und die Schühne-Mann war zwar mit inbegriffen, aber ich habe nicht sie als Bubble beleidigt, Bruder. Also da kann man jetzt auch argumentieren, wie man möchte, dass man beleidigt keinen einzelnen Menschen als Bubble. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer. So dumm. Das ist ja schon... Das ist ja von vorne bis hinten direkt dumm, ja. Wenn du das auf dich beziehst, ja. Kevin sagt, ja, die Bubble ist toxisch. Und dann haut jemand eine Anzeige raus und sagt, ja, der hat mich toxisch genannt. Das ist ja wirklich... Wie kann man seine Lebenszeit für eine Anzeige so sinnlos verschwenden? Also das ist ja... Das ist wirklich piek-dumm. Wo ich auf jeden Fall dann direkt instinktiv mal nachgeschaut habe, weil ich dachte... Also das Verhalten ist piek-dumm. Wir müssen noch an der Stelle ganz klar sagen, nicht die Person ist piek-dumm. Das will ich nicht sagen. Ja, weil das wäre ja beleidigend. Das Verhalten der Person ist piek-dumm. Weil, sorry, aber wenn jemand sagt, die Bubble, dann ist offensichtlich nicht eine Einzelperson gemeint. Und vor allem, wenn nicht direkt der Name genannt wurde, dann kannst du es eh nicht auf dich beziehen. Deswegen, ja, das Verhalten ist piek-dumm, da das anzuzeigen. Für mich persönlich. Meine Meinung. Das ist meine Meinung. Ja, Meinungsfreiheit. Ich lebe hier in einer Demokratie, die ich sehr fördere und sehr unterstütze. Und da ist Meinungsfreiheit ein hohes Gut. Das wollte ich noch kurz an der Stelle sagen. Ist ein Statement gerade gewesen. Gut, wenn die Frau mich nochmal anzeigt, wird sie wahrscheinlich ihre eigenen Fehler vorher auch ein bisschen kaschieren wollen. Aber nein, hat sie nicht getan. Denn sie hat ja ihren bekannten Pflegeblog. Ja, da weise ich ja immer regelmäßig drauf hin. Vor allen Dingen deshalb, weil man hier eine Seite betreibt, die nicht recht sicher ist. Erstmal hat sie mich hier diffamiert. Das könnt ihr gerne durchlesen unter mypflegefilosophie.com. Da seht ihr unter anderem, wie sie Instagram-Posts von mir nicht mal gescreenshotet hat, sondern scheinbar mit einem anderen Gerät abfotografiert hat. Ja, das sind Screenshoten. Ob sie das jetzt auch schon so beherrscht, weiß ich nicht. Also Monja, falls du das siehst, schreib mir gerne mal. Ich kann dir gerne beibringen, wie man auch Screenshots macht. Ist gar kein Problem. Dann ist die Qualität von deinem hübschen Gesicht auch ein bisschen besser vielleicht. Dann hat sie noch diverse andere Menschen diffamiert. Sie hat hier auch noch Instagram-Posts. Wie heißt denn der Blog da? Oh, bei mir Kampagne. Okay, also sie hat dann den Blog und da zeigt sie sich auch selber. Und okay. InstaDMs von mir veröffentlicht. Sie selbst hat sich damit strafbar gemacht. Aber gut, das habe ich nicht angezeigt, weil ich mich nicht auf eine Ebene mit denen begeben wollte. Ähm. Automonia, Schünemann. Nee, das nicht. Das hier. Okay, das hier ist die Webseite. Ich muss das leider, so ist das nun mal, ich muss das jetzt mit einer Quellenangabe auch nochmal zeigen, dass ihr auch wisst, wo man das findet. Äh, das heißt... Das, was ihr jetzt gerade hier seht, was ich euch einblende, ja, was jetzt darunter steht, das ist die Webseite. Und darauf hat sich gerade Kevin ITS bezogen. Ja. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, auch nochmal zu betonen. Der Blog ist schon gelöscht oder nicht mehr öffentlich. Der Blog ist immer noch genauso öffentlich. Konnte ich direkt hier sehen. Oh, was ist denn das? Nee, wait, ich bin nur auf irgendwas draufgegangen. Also, wenn das der Blog sein soll, dann ist er öffentlich. Aber ja, das ist die Quelle für den Blog, damit ihr das direkt wisst, weil ich finde Quellenangaben sehr, sehr wichtig. Worauf ich aber immer wieder hinweise, ist die Tatsache, dass sie immer noch kein rechtsfreies, rechtssicheres Impressum hat. Und zwar, das Impressum ist hier, ne, WWW Volker Schünemann ist ihr Anwalt übrigens und ihr Ehemann gleichzeitig, hat hier ein, ja, ein Impressum. Und das Impressum, Freunde, oh Wunder, sieht immer noch so aus. Das heißt, sie haben immer noch es nicht geschafft, ein rechtssicheres Impressum herzustellen, wo man sich schon fragen muss, warum möchte man hier seine Identität verschleiern? Warum möchte man hier die Adresse verschleiern? Warum möchte man nicht sagen, woher die ganzen Posts kommen? Ja, das ist ja auch deswegen, wir hatten ja wahrscheinlich auch die Anzeigen geschrieben und keine Abmahnungen rausgesendet, weil dann würde man ja wissen, wo die Person wohnt. Ich weiß ja nicht, wie es da ausschaut, ob man da vielleicht ein bisschen zu viel Respekt vorhat. Ist auf jeden Fall höchst fragwürdig. Super fragwürdig. Und, ähm, ich finde es auch sehr... Aber es ist doch weird, man kann auch trotzdem, man kann sich doch auch ein Impressum mieten. Also jetzt noch als kleiner Tipp für, äh, für die Frau, ich weiß nicht, Schünemann oder so, wie sie heißt, ja, Monia. Ähm, man kann sich auch ein Impressum mieten. Also, man, man sucht sich im Internet, jo, hier Impressum mieten, suchst du dir halt irgendwie was raus, dann, äh, bezahlst du dort einen monatlichen Betrag, schließt dann einen Vertrag praktisch ab, dass du das Impressum mieten kannst und dann, äh, hast du da eine Kontaktadresse. Also, so einfach kann es eigentlich sein. Sehr, sehr kritisch von ihr. Dann könnte man auch easy, äh, das als Impressum halt nutzen, ne? Das mache ich ja selber auch. Hier, dass sie jetzt versucht, die Polizei mit einzubinden, dass man mir ständig Fake-Anzeigen zukommen lässt, in der Hoffnung, dass man mich da irgendwie einschüchtern kann. Da muss ich leider auch nochmal hier an der Stelle sagen, liebe Monia, hör bitte einfach auf mit dem Kindergarten, ja? Hör einfach auf mit dem Kindergarten, weil das Lustigste an der Sache ist einfach, dass ihr Ehemann, ne, der Volker, Grüße, Volker, Grüße gehen raus, dass der Anwalt ist. Und wenn man wirklich denkt, ich würde was falsch machen oder ich würde irgendwas sagen, was ich nicht dürfte, dann könnte man ja einfach auch eine Abmahnung schicken. Man hat ja meine Adresse. Man hat ja meine Adresse. Schick mir doch einfach eine Abmahnung. So einfach könnte es sein. Aber wisst ihr, warum sie sich nicht traut? Wisst ihr, warum sie sich nicht traut? Weil ich dann eine negative Feststellungsklage machen würde. Und das würde gewaltig scheppern. Das habe ich ihr nämlich schon mal angedroht. Dankeschön für den Raid, lieber Supersocke. Oder liebe Supersocke. Ich weiß jetzt gerade nicht. Dankeschön. Wir sind gerade noch mitten in der Raid-Champ, aber ich danke euch von Herzen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Hier, wir gucken uns noch an, weshalb Kevin angezeigt wurde. Sollte sie mich abmahnen, weswegen auch immer, das wäre ja eh lost in space, dann würde ich eine negative Feststellungsklage einreichen und dann rasselt die Kasse gewaltig. Ja. Also, abschließend nochmal der Hinweis, wenn ihr mich unterstützen wollt, ich habe einen GoFundMe, 13.300 Euro sind da schon gesammelt. Medienanwälte sind teuer, die kosten viel Geld. Das Ganze hat Monja Schünemann auch schon erwähnt. Das kann ich euch sagen, das kann ich euch sagen, dass die viel Geld kosten. Also es geht los, würde ich sagen, bei 250 Euro oder bei 200 Euro die Stunde. Und je besser der Anwalt, beziehungsweise auch der Ruf des Anwalts und so weiter, da kann das auch schon mal zu über 500 Euro die Stunde kosten oder über 400 Euro die Stunde und so. Also es ist, ja, also das unterscheidet sich auch von Anwalt zu Anwalt, aber es ist schon auf jeden Fall, es sind schon gute Beträge mit dabei, deswegen ist das auch schnell aufgebaut. Deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass wir so viel Geld gesammelt haben. Alles, was wir dafür nicht brauchen, wird einer gemeinnützigen Organisation gespendet. Das heißt, wenn ihr denkt, ich würde mich bereichern, kann ich euch sagen, nein, das ist nicht so. Ich verspreche euch das und werde euch das im Discord-Server nachweisen, dass wir da zusammen uns auch eine gemeinnützige organisieren. Die Frage ist, ist Kevin jetzt so vertrauenswürdig? Boah, ich würde schon sagen, nee, Kevin ist null vertrauenswürdig. Ich hätte jetzt definitiv Angst, dass er mit dem Geld in den Urlaub fliegt. Raussuchen. Fährt oder so. Ja, Freunde, ich kann abschließend gar nicht mehr so viel sagen und sich dann den ganzen Tag nur englisch Breakfast gönnt. Danke für die Unterstützung der letzten Monate und auch, ja, jetzt kann man ja fast schon sagen, Jahre. Wir werden weiter die Exposed-Formate machen. Schaut sehr gerne auch auf meinem Kanal hier vorbei. Ich habe gestern ein Video gepostet, was schon 22.000 Aufrufe hat, wo wir uns noch um andere Exposed-Formate kümmern beziehungsweise um Exposed-ungelöste Formate kümmern. Ich werde die Arbeit weitermachen und werde mich von dieser, und ich wiederhole es jetzt nochmal, toxischen Pflege-Bubble nicht einschüchtern lassen. Schreibt mir eure Meinung. Oh, oh, da lernt jemand nicht aus seinen Fehlern. Oh, da gibt es gleich die nächste Anzeige. Hat er mich gerade toxisch genannt? Hat er mich gerade toxische Pflege-Bubble genannt? Das ist ja brutal. Der hat mich sogar als Mehrzahl bezeichnet. Das ist ja eine absolute Beleidigung. Schlimm. Schlimm sowas. Wiederholungstäter. ich hoffe, er muss uns gefallen. Jetzt wird seine Haftstrafe verdoppelt. Lasst als Algorithmus-Kommentar mal Doppel-Wumms stehen, weil ich wurde doppelt angezeigt und doppelt wird Frau Schünemann auf die Fresse fallen. Ich kann es leider nicht ändern und praktisch doppelt gemoppelt. Von daher müssen wir jetzt einfach damit leben, dass wir angezeigt worden sind. Ich hoffe weiter, dass ihr mich unterstützt und würde erst mal schreibt mal bitte in die Kommentare als Algorithmus-Kommentar Doppel-Dumm. Schreibt einfach das Wort Doppel-Dumm in die Kommentare, weil dann seid ihr die absoluten Dummies. Ja, und dann habe ich euch nämlich auch als dumm bezeichnet und dann bekomme ich bestimmt bald ganz viele Anzeigen. Verbleiben mit den Worten, abonniert gerne meinen Kanal, lasst gerne einen Algorithmus-Kommi da und dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction auf meinem Kanal. Bis dann. Okay, ein sehr wunderbares, schönes Video. Es freut mich doch, dass es so loste Anzeigen sind, dass man da ja nicht viel unternehmen muss. Kevin wird da wahrscheinlich wenig drohen. Ganz im Gegenteil, da kann diesen Mauritius da mal ein bisschen die Schranken weisen, weil der Mauritius auch wirklich weit übers Ziel hinausgeschossen ist. Mal schauen, was der Mauritius dann danach noch dazu sagen wird. Ja, da fühlt sich der ja relativ safe. Krass, ich weiß immer noch nicht, warum das jetzt dasteht mit diesem C hier. Verstehe ich nicht, weil das hat er auch gar nicht weiter großartig thematisiert. Aber okay, war ein gutes Video. Der Link ist natürlich in der Beschreibung. Checkt das ab. Wir unterstützen natürlich Kevin, ja, wir unterstützen uns dann zumindest YouTube oder Influencer Namensvetter. Das ist wichtig und richtig und er liegt da in meinen Augen auch komplett im Recht und anstatt, dass man sich in seiner Freizeit anders beschäftigt, geht man da wegen irgend so einem, also wirklich stellenweise Käse da zum Anwalt, äh, zum Anwalt, sag ich zur Polizei und gibt da eine Anzeige, dass sie einem wirklich, also das ist ja next level shit, muss ich echt sagen. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung, checkt das unbedingt ab, schreibt doppelt dumm in die Kommentare, dann seid ihr eh die aller krassesten und lasst unbedingt ein Abo da. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es und ciao, ciao.